Hi, ich bin's euer Stefan. Heute ist Samstag, der 3.2., das heißt, heute ist ein besonderer Tag. Heute geben wir unser erstes großes Seminar im Namen von Perspektive Gesundheit. Ich packe jetzt noch ein paar Sachen ein. Mir fällt auch auf, ich bin viel zu frisch angezogen, deswegen ziehe ich mir jetzt noch schnell was über. Kurz die Haare noch machen. Okay, ich glaube, gebracht hat es nicht viel, aber egal, los geht's. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zum Auto. Ich muss das Auto holen, vor die Haustür fahren und einladen und dann geht's weiter. So, die ersten Goodiepacks habe ich hier schon mal. Das sind aber erst die ersten fünf, es kommen noch vier von mir. Vitalia war so liebend, mir die Tüten zu spendieren, aber leider steht da nichts drauf. Die sind leider komplett leer, die Tüten, aber die hat mir Vitalia spendiert. Das sollte eigentlich, sollte da ein Branding draufstehen. Deswegen vielen Dank an Vitalia und wir haben hier noch ein paar leckere Sachen. Und zwar Mechul Datteln von Keimling. Mangos von Keimling und dann haben wir hier noch so meine Vase, ein Basis-Salz. Das ist auch von Keimling gekommen, aber das ist nicht die Keimling-Marke, also hier in Schurda heißt es. Wir sind da, juhu. Für unseren Workshop, dann einfach wir fallen. Einfach wir folgen. Simon, die ersten Gäste sind da. Irgendwie sieht man mich gar nicht, aber sehr egal. Hier wird lecker Essen zubereitet. Genau. Gibt es denn Gutes? Alles, was das Herz begehrt. 10 Uhr 24, langsam geht's los. Wir rosen jetzt hier noch ein bisschen. Ein paar Minuten haben wir noch. Zuerst mal alles los. Ist cool, he? Wir bekommen nochmal so einen Namen von allen. Dann hast du einen Start mit Frank. Jo, sobald das immer funktioniert. Hast du das noch nicht an? Mein Name ist Fanny, ich bin vom Beruf Apothekerin, arbeite aber mittlerweile als Ökopharmateute. Es wäre doch viel sinnvoller und auch zielführender, wenn wir statt Krankheiten zu therapieren, lieber die Gesundheit aktiv fördern würden. Und statt Leute mit Medikamenten zu versorgen, lieber Präventivmaßnahmen ergreifen. Das ist eine ganz einfache Basiszubereitung, die besteht lediglich aus zwei essentiellen Komponenten. Nämlich einmal Kerne, Nüsse oder Saaten eurer Wahl. Ich nehme jetzt hier in dem Fall Kokosraspeln, einen Teil ungefähr und ein bis anderthalb Teile Trockenfrüchte. Und das mixe ich dann alles in der Schüssel zusammen. Ich gebe noch ein bisschen gemahlene Vanille dazu, das rundet den Geschmack ab. Dann wünsche ich euch schon mal guten Appetit. Danke. Zwischen jedem Vortrag machen wir ein Lied lang Auflockerungsübungen. So, also Simon ist jetzt fertig. Jetzt kommt gleich Jonas, jetzt geht's gleich Sport, also Bewegung. Also mein Name ist Jonas Busch und ich freue mich erstmal, damit ihr heute an die so zahlreich erschienen seid, weil euch alle Zeit genommen haben auf den Samstag. Das sieht schon mal sehr gut aus bei Ihnen. Also geht zur rechten Seite runter und strecke jetzt die Brustbüteseite raus. So, also wir sind mit dem Vortrag durch. Jetzt kommt das Netzwerk. Jetzt habe ich da auf die... Da ist die Bete. Ich habe auf die Rechteine geguckt. Wir sind jetzt durch. Meine Speicherkarte ist voll. Das heißt, ich muss jetzt den restlichen Tag mit dem Handy filmen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Feedback. Hier, kleine Runde und dann irgendwann in eineinhalb Stücke geht's nach Hause. Bin ich fertig. Tag ist zu Ende. Ich bin zu Hause. Wir haben es geschafft. Wir waren gerade noch bei Kaufland einkaufen. Jetzt ist der Tag endlich vorbei. Aber es war ein cooler Tag. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und dann hoffe ich, ich schalte beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut.